so kurz facecam vergessen stabil vielleicht das video wenn es gut war okay go for it so was der pilzer digger was ein oder direkt ich hätte ihn direkt enterbt ich hätte ihn direkt auf die straßengeschichte bruder komm mach noch mal ein mensch und meine pepsi rein bruder komm trau dich auf jeden fall ein cooles kind ich hoffe der vater ist meinst du scheppertiger spaß natürlich nicht hallo hallo monetarisierung monetarisierung hallo interessiert sich das überhaupt mein freund ja danke dir officer officer dankeschön ran an den mann da macht ihr meine monetisierung kaputt weiß ich mein ran an den mann wo die mal weg hier auch digger der ist ja auch in der große ja ja keine klamotten oder bruder also von nimmst er kriegt sorry meister von dem ding kriege ich ein mein gott ich hätte ich hätte genauso reagiert ich hätte genauso und guckt wie er oh nein einer muss der sticker hier raus machen aus dem jungen oh mein gott wenn ich irgendwann twitch anfangen ich merke mir das ich mache aus dem bro hier ein sticker warte mal ich mache jetzt ein bild davon daraus wird ein twitch sticker so gut aus dem bruder wird ein twitch sticker später oh mein gott ich hätte genauso reagiert nein jetzt habe ich das video zurück es gibt der arme oh gott wie süß wie süß macht er jetzt du idioten sohn du idioten sohn também pequin der jetzt Und er war so, nicht jetzt. Ich bin jetzt heiratet. Aber er war so, oh, du kannst mich... In Rage Mode. Er geht Super Saiyan, Super Saiyan 1, Groth. Waaaaah! Waaaah! Grease up! Jetzt los geht's. Hey, ich bin Abi. Hi, Abi. Matt, schön, dich zu finden. Was machst du? Ich bin Astrophysiker. Okay, ich bin Gemini. Oh Gott. Scheiße. Du bist ein fucking Idiot. Das war's, der Geil. Scheiße, Mann. Get out of the truck, little lady. No, I'm good. See, cause you know you lose. How do I lose? Because I will beat your fucking dick into the ground all day long. That's kinda gay, innit? I will beat your dick. Ha, 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 ha. Iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih der hat echt gelitten für das video er trinkt durch die maske oder was nein 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 warum machen warum machen menschen so etwas warum machst du das das scheiße ich krieg ein kribbel nennen ja 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 und vergangs oh mein gott als mal wird schlecht warum warum zögert das ist so lange hinaus mir wird mir wird schlecht Wir haben den Test! Wir haben den Test! Wir haben den Test! Nein! Es gibt mehr Leben, Hannah, als nur Alkohol. Hi, welcome to Starbucks, how can I get started for you? Digger, average teenager, digger. Hi, can I get two Grande Cleveland steamers? Two Grande what? Is this a joke, Michael? Hold on one second. Is this a joke? Michael. Is that army Cleveland steamers? Please. Hahaha. Hey dad. What? Is this a joke meant to be upside down? Why didn't you tell me, you idiot? Georgia! Is it meant to be up like that? No, it's upside down. Hm. Scheiße, ne? Den Clip, den Clip kann ich... Happy Birthday to you! Let's do it! Ho. Oh, was hat sie jetzt Mission? Ey! Warum... Mach sie so! Der arme! Seine Nase, digger! Seine Nase! Oh man! Oh man! Scheiße! Bei der ganzen Familie, der arme, der feiert nie wieder Geburtstag mit seiner Familie. Ich mein's tot ernst. Das war wirklich das letzte Mal, dass er mit seiner Familie Geburtstag feiert. Oh mein Gott! Oh nein! Er weint! Ja, schön! Schön gemacht! Voll cool! Die Familie muss ja mega nice sein, digger! Übel coole Familie! Dankeschön! Danke Freunde! Mit der Familie hat wenigstens ein Vorteil, er kriegt nie wieder Feinde in seinem Leben, weil jeder ist besser als seine Familie. Ich hoffe, die Familie weiß das auch, wenn ihr zuguckt. Ich hoffe, ihr wisst das. Selbst der Entführer seiner Kinder ist besser als ihr. Scheiße, man. Bro. Stupid ass, bruv. Wie hat der einen noch nachgetreten, digger? Wie hat der einen noch nachgetreten, digger? Wie hat der einen noch nachgetreten, digger? Wie hat der einen noch nachgetreten? Oh, Pachata Pachata. Bro, was? Digga, was redet ihr? Is this the case where getting crabs is a good thing? Yeah. Was machen die da, digger? Sieht aus wie die Runde der Nerds. Vielleicht kriegt jetzt erst eine Freundin. Ja, Bruder, ich nicht. Egal, ich halte mich aus. Hoi. Ich würde wirklich preferen, wenn du kalt wärst. Digga, was macht er? Er hat ja über den Triggerfinger. Also, ich glaube, er hat eine Freundin. Oh mein Gott. Oh mein... Bruder. Oh, er weiß. Du würdest jetzt tot sein, wenn... Mein Bruder hörte meine Eltern sagen, dass es ein Kompi-Breakdown ist. Oder erzähl mir über das. Du hörst es! Was hast du gehört? Was hast du gehört? Was hast du gehört? Ich will nicht socken, sag ich ehrlich. Nothing. What's the problem? Nothing. There's no problem whatsoever. Are you sure you didn't hear Mom and Daniel have sex? Oh, three times. Warum heulst du denn so, Bro? Three times. Was denkst du denn, warum du hier bist, Digga? Oh mein Gott. Three times. Nein. There are three dishes tonight that Joe and Ron and myself really... Gordon Ramsay. Was ein geiler Typ. Was ein geiler Typ. Ich liebe Gordon Ramsay. Gordon Ramsay ist so geil, man. Ich habe so verdammt viel kochen gelernt wegen diesem Mann. Das ist so schön. So viel kochen kann ich nur wegen diesem Mann. Und das absolut persönliche Highlight. Zwiebelschneiden. Freunde, vertraut mir Zwiebelschneiden. Das ist jetzt ein richtiger Insider jetzt. Die Leute, die das Video sehen werden. Ich werde euer Leben jetzt verändern, Freunde. Schaut euch das Zwiebelschneidetutorial von Gordon Ramsay an, Freunde. Vertraut mir. Andere Welt. Neue Welt. Neues Leben. Sam, Liz und Fred. Ihr drei haben die schlimmsten Dämonen der Nacht. Oh. Scheiße. Der Arme. Wtf. Jiiiih, Bro. Das ist aber ein Piss vor bei jedem auf dir. Okay, aber irgendwie fresh. Ich sag ehrlich. Sieht schon clean aus, Digga. Sieht schon, sieht schon clean aus, Digga. Sieht schon, sieht schon clean aus, Digga. Ja, okay. Ich nehme alles zurück. Let's do this. And go. Ja. Ja. Ben and snap. Ben and snap. And spirit fingers. Come on, people. Let's get this thing going. Move your feet. Bruder, also, ihm vertraue ich sogar, dass er nicht mehr checkt, dass die Kamera da ist. Er sich einfach wirklich nur denkt, was ist passiert zu meinem Leben? Wo bin ich falsch abgewogen, dass ich den Sohn hab, Digga. Er guckt sein Kind an, Bruder. Er denkt sich... Oh. Oh. Diese Welt, das keine TikTok da war, war eine bessere Welt. Das war eine bessere Welt, das keine TikTok da war. Mag gern wieder diese TikTok? Mag gern diese TikTok weg aus Welt. Oh, 27. 27 gute Zahl. 27 gute Zahl. Was ist das denn? Oh. Boah, er ist einfach ein Knockoutengang. Scheiße, Mann. Scheiße, Digga. Er ist ja... Er ist ja umgekippt, Bruder. Das war der erste Mal im Horrorfilm, den die richtig abschlechen. Den würden die mitnehmen und die würden sie aufhängen auf so einem Haken, Digga. So wie ein Dead by Daylight, Digga. Und dann sitzt er so auf dem Haken, so... Oh, Mann, ey. Der arme, Digga. Alter. Boah, ich glaube, er hat eine Anklage eingereicht bekommen von ihm, Digga, sag ich dir auf ehrlich. Uiuiui. Oh, du schaust das. Oh. Scheiße. Er sieht irgendwie aus, als hätte er es extra gemacht. Er ist selbst so Fan von der anderen Mannschaft und wollte extra so den anderen so T-Baggen, Digga. Geil. Und warum, dann muss man ihn nicht tun? Ja. Jetzt wird er... Uiuiui... Was passiert jetzt? Oh. 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 Das ist eine Kacke, Mann. Ja, aber wirklich gut. Oh mein Gott, das ist gut. Wir sind weg im Business. Okay, Rice. We are looking good. The Rice is not looking good, you're lying to people. The Rice is not looking good, you're lying to people. Auch raus, Bruder. Wie macht man richtig? So wet. Drain it. Iiiiih, das sieht ja wirklich nicht lecker aus, Digga. Das sieht ja voll eklig aus. Was is she doing? Was is she doing? Drain the r- Oh mein Gott, you're killing me, woman. Heia, drain the r- She- The Rice. She draining- Bruder, der Typ ist der Top G of the day, Digga. Schau mal Gott, der ist ja anders krank. Drain Rice with colander. Heia, how can you drain Rice with colander? This is not pasta. I've never seen anyone drain rice. Das Ding ist, wenn du Reis so Dings mit so'n Im siebte, Digga. Du bist richtig matschig und soggy und ekelhaft, man. Das will doch keiner essen. Das will keiner essen. Lass mich kochen. Lass mich kochen, Frau. Lass mich kochen. Is too wet, you fucked up. Don't bring colander into your rice cooking. Heia, get a nice rice cooker. Don't mess with saucepan like this lady here. Don't mess with colander. Jungs, real talk. Reiskocher, game changer, different shit. Wenn eure Freunde noch keinen Reiskocher hat. Holt ihr so'n Mikro einen Reiskocher, Digga. Die sind wirklich different, Digga. Machst 15 Minuten rein. Eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser, bisschen Salz. Auf Salt-Base-Style. Und dann, der Reiskocher hittet different. Wenn eure Lady noch keinen Reiskocher hat, auf geht's. Wenn ihr keine Lady habt, dann auf geht's. Holt euch einen Reiskocher. If your rice is too wet, you re-cook the rice. No way to save wet rice. Has quite a lot of starch in it. Which will make it... What the hell? Digga, was macht die denn da? Das ist ja ekelhaft. Will die Milchreis machen, oder was? What the hell? Uncle Roger is so upset. I put my leg down from chair. Why are you running? What does to run? You're ruining the rice. First, you use colander to dry the rice. And then you put water. Then why bother drying the rice? Who cooked rice like this? How did this woman... He lived his whole life. He's never seen anything. And get on BBC Food. They never asked BBC Food. Uncle Roger. Uncle Roger teach masterclass on making rice. But this woman colander on the rice. Then water through the rice. This is... Oh... A very weird thing. Uncle Roger is sad now. But hey, cool date. 2020... 2020... 20... 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 Bring onions And peas And then you just want to stir it all together and cook it through For about three to five minutes This looks okay but look too healthy Wear your MSG You don't use MSG how to make good egg fried rice This is just white people egg fried rice MSG is the king of flavour If you sad in life use MSG If you happy in life use MSG Put MSG Digga, einfach benutzen, digga Einfach rein scheppern Freunde, ich sag ehrlich, das Video war schon stabil Das war schon stabil Oh, da steht chess.com, ich krieg Da steht chess.com, ich krieg richtig Bock auf Schach, digga Oh mein Gott, hab ich Bock auf Schach, digga Ich werd erstmal ne Runde auf chess.com chillen und ne Runde Schach spielen So, hey, ganz ehrlich, starkes Video Das war ein wirklich gutes Video, ich bin überzeugt Tatsache Kuss Freunde Kuss, kuss, kuss Man sieht sich Küsschen